Für die SPD spricht der Abgeordnete Fink. Guten Morgen, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Auch im neuen Jahr unterhalten wir uns wieder über den Brexit. Geändert hat sich aber ein bisschen was. Mittlerweile gibt es einen Fahrplan für die Trennung. Und einen Satz, den man bei einer Trennung oft hört, lautet ja, wir können doch gute Freunde bleiben. In diesem Fall müssen wir alles dafür tun, dass dieser Satz ausnahmsweise ernst gemeint ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Denn auch im neuen Jahr hat sich eines nicht geändert. Der Brexit ist und bleibt ein schwerer Fehler. Und wir müssen jetzt gemeinsam schauen, dass wir das Beste daraus machen. Aber warum ist denn dieser Brexit ein so schwerer Fehler? Ganz einfach deshalb, weil der Brexit steht für ein Zurück in die Nationalstaaten. Dieses Zurück in die Nationalstaaten führt zu Egoismus. Dieser Egoismus führt zu Konflikten. Und Konflikte zwischen Nationalstaaten führen am Ende immer zu Auseinandersetzungen und im schlimmsten Fall zu Krieg. Das klingt ein bisschen wie eine Weisheit von Meister Yoda aus Star Wars. Aber es hat in diesen Tagen einen besonders ernsten Hintergrund, wenn wir nämlich erkennen, wozu dieser Nationalismus im schlimmsten Fall führen kann. Und deshalb ist es unsere gemeinsame Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Populisten und Nationalisten nicht Wahlen gewinnen, so wie sie es beim Brexit getan haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und nun haben wir in Baden-Württemberg auch die Aufgabe, damit umzugehen. Und Politik hat da mehrere Handlungsfelder. Zum einen geht es um den rechtlichen Rahmen, den wir abstecken müssen. Das geschieht mit dem Brexit-Übergangsgesetz. Und da haben Sie uns auch an Ihrer Seite. Ein weiterer wichtiger Teil von Politik ist aber, die Menschen umfassend und gründlich zu informieren. Und wenn man sich bei uns in Baden-Württemberg informieren möchte, was bedeutet der Brexit für unser Land, dann kann man ja auf die Idee kommen, auf der Homepage des Ministeriums der Justiz und für Europa nachzuschauen. Denn schließlich erleben wir hier immer einen Minister, der mit großem Engagement und Leidenschaft für Europa unterwegs ist. Leider finden Sie auf der Homepage nichts zum Thema Brexit, außer Redebeiträgen. Man kann dann sagen, wir haben einen Ministerpräsidenten, der zu Recht sagt, Europa ist für uns Staatsressort. Also schaut mal auf die Homepage des Staatsministeriums. Auch da finden Sie viele europapolitische Themen, aber kein Wort zum Brexit. Da ich ein cleveres Kerlchen bin, habe ich mir gedacht, ich schaue mal auf die Homepage des Wirtschaftsministeriums. Ich bin höchst erfreut, dass es keinen Widerspruch im Gremium gibt. Auf der Homepage des Wirtschaftsministeriums ist es dann tatsächlich so, dass es eine ausführliche Rubrik zum Thema Brexit gibt. Und es gibt nicht nur eine ausführliche Rubrik, es gibt auch wunderschöne Fotos. Das neue Schloss und darüber große Lettern, da steht immer auf dem aktuellen Stand. Und dann klicken Sie mal auf die Frage, wie ist der aktuelle Verfahrensstand. Und dann taucht auf, dass am 25. November 2018 der Europäische Rat das letzte Mal etwas zum Brexit beschlossen hätte. Und dass es im britischen Unterhaus noch keine Meinung dazu gibt. Und wie kompliziert doch die Backstop-Lösung ist. Wir haben es gehört vom Kollegen Köstler, es geht um 70.000 Arbeitsplätze. Es geht um die Zukunft Europas. Und Sie schaffen es nicht einmal eine Homepage zu aktualisieren. Das ist peinlich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und es ist deshalb auch gefährlich, weil mit dieser Haltung etwas übernommen wird, was wir ja selber erleben. Nämlich, dass die Menschen teilweise keine Lust mehr haben, sich mit dem Brexit zu beschäftigen. Sondern nur sagen, Hauptsache es geht irgendwann vorbei. Aber das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir weiterhin mit großer Lust für Europa eintreten. Wir müssen weiterhin dafür sorgen, dass wir für ein vereintes Europa eintreten. Und gerade die sozialdemokratische Fraktion wird das mit großer Kraft tun. Herzlichen Dank.